Bradley Cooper macht sich ganz gut als Hollywood-Schauspieler der obersten Liga, aber der 38-Jährige hat seine Augen auf etwas anderes gerichtet. Oder sollten wir sagen, jemand anders. Und es ist nicht Rassefrau und Co-Star Jennifer Lawrence. Bradley Cooper hat seine Augen auf Ben Affleck gerichtet. Laut der Sun bewundert Cooper, was Affleck vor kurzem als Schauspieler und Regisseur erreicht hat und jetzt will Bradley in seine Fußstapfen treten. Er schickt anscheinend schon Scripts ins Feld, bei denen er als Schauspieler und Regisseur fungieren könnte. Und wer weiß, vielleicht räumt er sogar einen Oscar damit ab. Cooper ist bereits fürs Schauspielen bekannt und jetzt zieht er den erfolgreichen Übergang von Ben von einem hübschen Gesicht zu einem anerkannten Regisseur. Das will er auch versuchen.